Eine Eigenschaft von Brücken besteht darin, dass sie die Möglichkeit bieten, eine Überquerung zu beginnen, ohne je auf der anderen Seite anzukommen. Für Menschen, die das so sehen, ist eine Brücke virtuell ein offenes Fenster, an dem sie vorbeigehen oder durch das sie hinausklettern können. Die Clifton Suspension Bridge ist eine Sehenswürdigkeit, eine Touristenattraktion und eine bekannte Selbstmörderbrücke. Gut ausgelastet, häufig benutzt, beliebt wäre aber vielleicht eine zu unglückliche Wortwahl. Manche Leute sagen, auf der Brücke spukten die Geister früherer Selbstmörder. Auf der Fahrbahn wurden unheimliche Schatten gesichtet. Heute gibt es keine Schatten und der einzige Geist auf der Brücke ist aus Fleisch und Blut. Eine nackte Frau steht auf der anderen Seite des Sicherheitszauns, den Rücken an das Metallgitter gepresst. Die Absätze ihrer roten Schuhe balancieren auf der Kante. Wie bei einer Figur auf einem surrealistischen Gemälde wirkt ihre Blöße nicht besonders schockierend oder unpassend. Sie steht mit steifer Würde aufrecht und starrt mit der Mine eines Menschen aufs Wasser, der sich von der Welt abgekoppelt hat. Der Einsatzleiter stellt sich vor. Er trägt Uniform. Sergeant Abernathy. Seinen Vornamen bekomme ich nicht mit. Ein anderer Polizist hält seinen Schirm. Wasser strömt von dessen dunkler Nylonkuppel auf meine Schuhe. Was brauchen Sie? fragt Abernathy. Einen Namen. Haben wir nicht. Sie spricht nicht mit uns. Hat sie irgendwas gesagt? Nein. Möglicherweise steht sie unter Schock. Wo sind ihre Kleider? Nichts gefunden. Ich blicke den Fußgängerweg hinunter. Er ist von beiden Seiten eingezäunt, mit fünf Bahnen Draht auf der Krone, sodass man ihn nur mit Mühe überwinden kann. Der Regen fällt so dicht, dass sich das andere Ende der Brücke kaum ausmachen kann. Wie lange ist sie schon da draußen? Etwa eine Stunde. Haben Sie ein Fahrzeug gefunden? Wir suchen noch. Wahrscheinlich ist sie von der dicht bewaldeten Ostseite ausgekommen. Aber selbst wenn sie sich erst auf der Brücke ausgezogen hat, müssen Dutzende von Fahrern sie gesehen haben. Warum hat sie niemand aufgehalten?